Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch mein erstes Make-up Tutorial gedreht. Und zwar habe ich euch mein Alltags-Make-up gezeigt. Einfach die Produkte und das, wie ich mich im Alltag schminke, meistens. Natürlich habe ich auch Tage, an denen ich mich mehr schminke oder auch weniger. Aber das trage ich eigentlich die meiste Zeit. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!